Hi! Die Alkoholindustrie will uns weismachen, dass es zwei Gruppen von Trinkern gibt. Auf der einen Seite stehen die, die verantwortungsvoll mit Alkohol umgehen können, die Alkohol genießen und ihn in Maßen trinken können. Das sind die Guten. Auf der anderen Seite stehen die, die das leider nicht können, die Alkohol missbrauchen, ja, die sogar abhängig davon werden. Das sind die Bösen, die Kranken, die Versager, die uns allen den Spaß verderben. Klar, ne? Um die muss man sich gut kümmern, aber die sollten nun wirklich nicht ausschlaggebend sein für eine striktere Alkoholpolitik. Kommen dir diese Gruppen bekannt vor? Würde mich nicht wundern, denn diese Unterscheidung ist in den meisten Köpfen drin, obwohl sie Quatsch ist. Woran das liegt, das erkläre ich dir heute. Und damit herzlich willkommen zu Teil 2 meiner Serie, was die Alkoholindustrie von der Tabakindustrie gelernt hat. Schön, dass du wieder da bist. Dann legen wir mal los. Mit PR gegen die Wissenschaft. Im 20. Jahrhundert hat die Tabakbranche die Menschen über mehrere Jahrzehnte lang erfolgreich von der Erkenntnis abgehalten, dass Rauchen tödlich ist. Davon hat sich die Alkoholindustrie ne Menge abgeschaut. Katrin Schaller, die sich beim Deutschen Krebsforschungszentrum um Krebsprävention kümmert, sagte dazu in einem Zeitinterview, Unser Bewusstsein dafür, dass Alkohol nicht so harmlos ist, wie die Leute glauben, ist heute etwa an dem Punkt, an dem wir beim Thema Rauchen vor etwa 50 Jahren waren. Sprich, es tut sich was, aber in den meisten Köpfen geistert noch immer herum, dass Alkohol in Maßen nicht schadet. In manchen Köpfen sogar noch, dass er in Maßen gesund ist. Was im Gegensatz zu dem steht, was in der Wissenschaft passiert. Denn da sind sich unabhängige Forschende seit 2015 zunehmend einig, dass Abstinenz für die Gesundheit am besten ist. Dass Alkohol ein Zellgift ist, das den Körper mit jedem Tropfen angreift und schon in geringen Mengen zu Krankheiten wie Brustkrebs, Darmkrebs und Bluthochdruck führen kann. Studien, die Alkohol eine generelle gesundheitsfördernde Wirkung nachweisen wollten, hatten oft schlichtweg methodische Mängel. Also da wurde wissenschaftlich nicht sauber gearbeitet. Wenn dich interessiert, wie genau solche methodischen Mängel aussehen, schau gern mal hier oder lies im aktuellen Jahrbuch Sucht den Alkoholartikel von Professor Ulrich John und Kollegen. Die haben dort auch sehr gut beschrieben, warum die aktuellen Grenzwerte nicht mehr haltbar sind und warum die Empfehlung lauten sollte, je weniger Alkohol, desto besser und am allerbesten gar keinen. Ja, aber leider hat die unabhängige Wissenschaft nicht ansatzweise so viel Marketingbudget wie die Alkohollobby. Deswegen wird es wohl noch etwas dauern, bis diese Wahrheiten bei uns angekommen sind. Bei den Zigaretten war es ähnlich. So hat die Tabaklobby manipuliert. Anfang der 1950er verdichtete sich die wissenschaftliche Evidenz, dass Rauchen gesundheitsschädigend, krebserregend und tödlich ist. Vor allem der kausale Zusammenhang zwischen Rauchen und Lungenkrebs war im Grunde belegt. Diese Ergebnisse wurden in den angesehensten wissenschaftlichen Fachjournalen publiziert und auch im Mainstream kamen die Ergebnisse an. Die reichweitenstarke Zeitschrift Reader's Digest brachte zum Beispiel einen Artikel mit der Überschrift Krebs aus der Packung raus. Für die Tabaklobby waren diese Ergebnisse und vor allem ihre Verbreitung eine Katastrophe. Sie wurde nervös. Auf der Website Tobacco Tactics gibt es eine schöne Karikatur, die diese Situation verdeutlicht. Links ist die aufgebrachte Tabaklobby, die schreit, es ist belegt. Zigaretten töten Menschen. Was machen wir bloß? Wie sollen wir Geld verdienen? Und rechts sehen wir einen Herrn, der sagt, wir leugnen es, wir säen Zweifel, wir beruhigen die Öffentlichkeit, wir stecken Geld in Scheinwissenschaft, wir zahlen Politiker. Hinter diesen tollen Ideen steckte eine New Yorker PR-Firma namens Hill & Knowlton. Und diese PR-Firma startete im Auftrag der Tabaklobby eine noch nie dagewesene Kampagne. Es ging um sehr viel Geld. Der Tabaklobby war klar, wie gefährlich ihre Produkte sind. Und ihnen war klar, dass ihnen ihr Markt wegbrechen würde, sobald der Bevölkerung das bewusst wird und die Politik Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung ergreift. Sie mussten also etwas tun, um das zu verhindern. Sie mussten dafür sorgen, dass RaucherInnen weiter rauchten. Der Kopf hinter dieser PR-Firma hieß John Hill. Und John Hill hatte einen Plan, den man grob mit den Schlagworten Sicherheit und Zweifel beschreiben kann. RaucherInnen und Raucher sollten sich sicher fühlen und gleichzeitig wollte Hill Zweifel schüren an wissenschaftlicher Arbeit. Da die Wissenschaft zu der Zeit jedoch ein extrem hohes Ansehen genoss, musste er geschickt vorgehen. Als erstes setzte Hill ein Statement auf, das alle führenden Tabakkonzernbosse unterschrieben und das in nicht weniger als 448 Zeitungen gedruckt wurde. Es erreichte also praktisch die ganzen Vereinigten Staaten. In diesem Statement versicherten die Tabakbosse zum einen, dass die Gesundheit der Menschen oberste Priorität für sie habe und dass sie eng mit allen zusammenarbeiten werden, die die öffentliche Gesundheit schützen. So, und im selben Statement fingen sie an, das genaue Gegenteil zu tun. Sie fingen an, die Verbindung zwischen Rauchen und Lungenkrebs infrage zu stellen. Mit Argumenten wie, es gebe ja viele mögliche Ursachen für Lungenkrebs. Das müsse also gar nicht am Rauchen liegen. Und die Forschungslage sei da schon recht dünn. Es gebe noch keine substanziellen Beweise. Hill und sein Team suchten dann gezielt nach den paar Wissenschaftlern, die die statistischen Methoden anzweifelten, mit denen die Verbindung zwischen Rauchen und tödlicher Krankheit belegt wurde. Und sie suchten gezielt Wissenschaftler, die andere Thesen zur Entstehung von Lungenkrebs vertraten. Darunter war zum Beispiel ein Genetiker, der die These vertrat, dass Krebs einzig und allein genetische Ursachen hatte. Wissenschaftler wie diese, wie dieser Genetiker, die waren erstens meistens Selbstraucher und vor allem waren Wissenschaftler wie diese in der Minderheit, wurden aber so stark aufgebaut, dass in der Öffentlichkeit tatsächlich der Eindruck entstand, man könne das so oder so sehen. Ein Strang der PR-Kampagne bestand also darin, eine wissenschaftliche Kontroverse zu befeuern, die es in diesem Ausmaß gar nicht gab. Der Mehrheit der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler war klar, wie deutlich die Forschung zeigte, dass Rauchen Lungenkrebs verursacht. Aber in der Öffentlichkeit entstand durch die Arbeit von Hill und seinem Team eben eine sogenannte False Balance, also eine verzerrte Gewichtung wissenschaftlicher Positionen. Außerdem verpflichteten sich die Tabakbosse in dem Statement auch noch großzügigerweise dazu, fortan selbst wissenschaftliche Arbeit zu finanzieren, um die Wahrheit ans Licht zu bringen. Das heißt, sie selbst würden also Gelder in Forschung stecken, um zu klären, ob Tabakrauchen gesundheitsschädlich ist. So präsentierten sie sich als Partner. Wobei die Tabaklobby dann schlussendlich nicht etwa Forschung finanzierte, um die Wahrheit ans Licht zu bringen, also nicht, um unabhängige Ergebnisse und Erkenntnisse zu gewinnen. Sie finanzierte überhaupt keine Forschung zum Thema Tabakgebrauch, sondern Forschung zu so ziemlich jedem anderen Themenbereich, außer zu den Folgen des Rauchens. Studien zum Immunsystem, zur Zellbiologie, Genetik oder Virologie. Auf diese Weise erlangte die Tabakindustrie Zugang zur wissenschaftlichen Community, sicherte sich die Loyalität einzelner Forscher, schmückte sich mit deren Glaubwürdigkeit. Die versprochenen Forschungsgelder dienten also nicht dazu, zu überprüfen, was dran ist am Zusammenhang zwischen Rauchen und Krankheit. Sie dienten der PR, dem Image. Sie dienten einzig und allein dazu, die massiven Gesundheitsrisiken des Rauchens zu verschleiern und in der Wahrnehmung runterzuspielen, was de facto klar war, dass Rauchen tödliche Krankheiten verursacht. Diese Verzerrung wissenschaftlicher Arbeit, die war historisch. Ja, und dann gab es noch eine weitere Dimension dieser PR. Lügen. Stumpfes Lügen. Ich weiß nicht, ob das mit Hill und seiner PR-Agentur abgestimmt war, aber über die Jahrzehnte hinweg traten Tabakbosse auch immer wieder öffentlich auf und sagten Dinge wie diese hier. Und selbst als in den 90er Jahren durch Whistleblower dann ans Licht kam, dass die Tabaklobby all die Jahre wusste, wie schädlich ihre Produkte sind, logen die Chefs der sieben größten Tabakkonzerne noch den US-Kongress an. Heißt, die Tabaklobby log die Öffentlichkeit an, obwohl sie es besser wusste. Und sie untergrub das Vertrauen in seriöse wissenschaftliche Arbeit. Mit dieser PR-Strategie brachten sie Millionen von Menschen Tod und Krankheit. Alles nur für den Profit. Und die Alkohollobby so manipulieren können wir auch. Auch die Alkohollobby gibt sich als Partner. Auch die Alkohollobby finanziert Forschung. Auch diese Forschung hat nicht zum Ziel, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Nein, auch sie verfolgt das Ziel, die Menschen in Sicherheit zu wiegen und zu verschleiern, wie zerstörerisch ihre Produkte sind. Das Recherche-Kollektiv, Korrektiv, hat das vor einigen Jahren zusammen mit ZDF Zoom mal großartig recherchiert. Sie haben zum Beispiel die Hintergründe zu ERAP recherchiert. Zur European Foundation for Alcohol Research. Das klingt ja erstmal sehr wissenschaftlich und sehr seriös. Ist aber ein Beispiel dafür, was die Alkohollobby aus der PR-Strategie der Tabaklobby gemacht hat. Die ERAP wurde nämlich 2003 von Brauereiverbänden als gemeinnützige Organisation gegründet, um auch die positiven Effekte von Alkohol zu erforschen. Rund 500.000 Euro pro Jahr erhält die ERAP für solche Studien. Und im Fallfall entstehen dadurch dann Schlagzeilen wie Experte sicher, eine Flasche Wein pro Tag ist gesund, auf Focus Online. Bier trinken gegen Krebs, in der Men's Health. Oder jeder Tag ohne Wein kann ein Herzinfarktrisiko sein, in der Berliner Zeitung. Alle diese Schlagzeilen sind faktisch falsch. Alle diese Schlagzeilen verzerren solide wissenschaftliche Arbeit und wiegen Trinkerinnen und Trinker in falscher Sicherheit. Da hat die Tabaklobby den Weg geebnet und die Alkohollobby hat ihn noch kräftig ausgebaut. Und auch aus den Fehlern der Tabaklobby hat die Alkohollobby gelernt. Sie hat nämlich gelernt, Leugnen ist gefährlich. Denn die Tabaklobby leugnete ja bis zuletzt, dass Tabak krank macht und stand am Ende, als die Beweislast dann schier übermächtig wurde, auch öffentlich als Lügner da. Was ja zur Folge hatte, dass die Politik massive Maßnahmen ergriff, um den tödlichen Zigarettenkonsum einzudämmen. Also kein Mensch glaubt ja heute noch, dass es sich bei Zigaretten um ein gesundes Genussmittel handelt. Jedem ist klar, wie sehr er seinen Körper damit zerstört und dass er davon abhängig werden kann. Und so weit will es die Alkoholindustrie nun wirklich nicht kommen lassen. Sie hat aus dem Tabaklobby Debakel gelernt und ihre Strategie angepasst. Nein, nein, sagt sie, also im Übermaß kann Alkohol natürlich Schaden anrichten. Das Ziel müsse sein, verantwortungsvoll zu konsumieren. Das müssten wir alle lernen, Jugendliche und Erwachsene. Und wer es nicht lernt, der ist dann halt charakterschwach, hat ganz andere, tieferliegende Probleme oder sich halt nicht im Griff. Das sind aber wirklich nur ein paar, ne? Das ist die Minderheit. Heißt also, die Tabakindustrie sagte, unsere Produkte sind nicht schädlich. Die Alkoholindustrie sagt, unsere Produkte sind nur für eine charakterschwache Minderheit schädlich. Die Strategie verantwortungsvoller Konsum. Dieser Shift in der Kommunikation kommt softer daher, ist aber nicht weniger bösartig. Und nicht weniger falsch. Zum einen, weil diese Unterteilung in zwei Gruppen Menschen mit Alkoholproblemen dazu bringt, zu glauben, sie wären das Problem und nicht die Droge. Was Quatsch ist. Vor allem bei einer so starken Droge wie Alkohol, die nicht nur jede Zelle unseres Körpers angreift, sondern auch in so ziemlich jedes Neurotransmittersystem in unserem Hirn eingreift und aus der Balance bringt. Zum Beispiel dadurch, dass so viel Dopamin in unserem Hirn ausgeschüttet wird, dass unser Belohnungssystem auf Dauer nicht mehr richtig funktionieren kann. Heißt, Dinge, die wir früher mal schön fanden, die finden wir irgendwann nicht mehr so richtig schön oder eben nur noch mit Alkohol schön. Was dazu führen kann, dass wir regelmäßig trinken und dass wir mehr trinken. Was dazu führen kann, dass wir abhängig werden. Und da ist es erst einmal völlig egal, was für einen Charakter du hast, ob du diszipliniert bist oder nicht und ob deine Weinflasche zwei oder 200 Euro kostet. Die Biochemie in deinem Kopf verändert sich. Und obwohl es natürlich Risikofaktoren für Abhängigkeit gibt, kein Mensch kann vorher sagen, wen es trifft. Das heißt, was jetzt noch verantwortungsvoller Konsum ist, das kann jederzeit umschlagen. Es ist nicht so, als würden wir einer dieser beiden Gruppen angehören und fertig. Alkoholabhängigkeit beginnt in vielen, vielen Fällen mit diesem Genusstrinken in Anführungszeichen, mit schlichter Gewohnheit. Und auf dem Weg vom Genusstrinken in Anführungszeichen zur körperlichen Abhängigkeit gibt es halt viele, viele Stufen und Stadien. Diese Unterteilung in zwei Gruppen ist also rein suchtmedizinisch betrachtet schon mal nicht haltbar. Und doch hat die Alkoholindustrie es geschafft, dass es staatlich finanzierte Präventionskampagnen gibt, die von verantwortungsbewusstem Trinken sprechen. Oder von Kenn dein Limit. Was so schade ist, weil die Menschen bei Kenn dein Limit echt gute Arbeit leisten. Aber dieser Name, der spielt leider vor allem der Alkoholindustrie in die Karten. Weil er genau das suggeriert, was der Deutsche Brauerbund mal so schön deutlich in einem internen Brief an das Bundeswirtschaftsministerium formuliert hat. Darin hieß es, Jugendliche müssen den verantwortungsvollen Umgang mit alkoholischen Getränken lernen. Wieso müssen Jugendliche lernen, verantwortungsvoll mit Alkohol umzugehen? Wieso müssen sie ihr Limit kennen, wo doch jeder Tropfen schädlich ist? Erst recht für Gehirne, die bis Mitte 20 noch gar nicht ausgereift sind. Da haben Drogen nichts zu suchen. Wieso suggerieren wir durch diese Wortwahl wieder und wieder, dass Alkohol nicht schädlich und giftig ist und abhängig machen kann? Wieso suggerieren wir immer wieder, du musst es irgendwie schaffen, diese Droge irgendwie in dein Leben zu integrieren, indem du zwar trinkst, aber bitte nur verantwortungsvoll? Wieso sagen wir, Kenn dein Limit? Wieso sagen wir nicht, Du musst übrigens nicht lernen, mit dieser Droge umzugehen. Du kannst und darfst das mit dem Trinken auch einfach lassen. Wieso sagen wir nicht und wenn du es trotzdem machen willst, dann sei dir bitte im Klaren über Folgendes. Du konsumierst dann nicht einfach nur irgendein Lebensmittel, sondern eine harte, krasse Droge. Diese Droge greift in die gesunden Abläufe deines Hirns ein und kann dich depressiv und ängstlich und einsam machen. Diese Droge lässt dich Dinge tun, die du nicht tun willst. Sie lässt dich Dinge sagen, die du nicht sagen willst und die du am nächsten Tag bereust. Sie stört deinen Schlaf, sie schwächt dein Immunsystem und setzt deinen kompletten Organismus unter Stress. Und sie ist nicht nur Gift für deinen Körper, sondern vor allem auch für deine Psyche. Dafür, wie es dir geht mit dir und deinem Leben. Schneller als du denkst, führt diese Droge dazu, dass du an dir zweifelst und dich überfordert fühlst. Allein, traurig und unsicher und nicht gut genug. Das ist das Risiko, dass du eingehst. Das solltest du wissen. Und die Alkohollobby so? Als Partner inszenieren können wir übrigens auch. Ja, und dann gibt es ja auch noch Präventionskampagnen von der Alkohollobby selbst. Ein Beispiel ist die Website maßvoll-genießen.de vom Bundesverband der Deutschen Spirituosenindustrie, die uns in schickem Design erklärt, dass die Mehrzahl der Verbraucherinnen und Verbraucher verantwortungsvoll mit alkoholhaltigen Getränken umgeht und in Maßen genießt. Funktioniert also mit der Präventionsarbeit im Großen und Ganzen? Klar, geben sie auf maßvoll-genießen.de zu. Alles, was über diesen maßvollen Konsum hinausgeht, berge Risiken. Aber schauen sie doch mal hier, wie sie Cocktails maßvoll genießen können, weil sie, ich zitiere, den Tag mit Freunden in einer Cocktailbar ausklingen lassen oder direkt am Strand einen Tequila Sunrise genießen. Das gehört für viele zum perfekten Freizeitgefühl dazu. Ja, ist doch so, denkst du vielleicht, oder? Ist doch super, dass die immerhin aufklären. Nee, nicht ganz. Denn dieses ganze maßvoll genießen und trinke verantwortungsbewusst, das dient auch dazu, sich in der Politik als Kooperationspartner zu positionieren. Der Politik also weiß zu machen, schaut mal, wir tun schon voll viel. Da müsst ihr nicht auch noch Gesetze erlassen, die uns ernsthaft wehtun würden. Alles cool, ihr könnt euch raushalten, könnt eure Wahlen gewinnen. Wir machen das schon mit der Prävention. Das wirkt nur im ersten Moment wie ein guter Deal. Denn den Menschen helfen tut das nicht. Eher im Gegenteil. Es gibt ein toll recherchiertes Booklet von den Gut-Templern zu den Schlüsselbotschaften der Alkoholindustrie. Darin haben sie zwei sehr interessante Paper verlinkt. Seit den 1990er Jahren haben Forschende die Verwendung der Botschaft Trinke verantwortungsbewusst nämlich analysiert und sind zu dem Schluss gekommen, dass diese Botschaften nicht zu einem maßvollen Konsum anregen. Sie haben keinerlei Einfluss auf übermäßigen Alkoholkonsum. Aber weißt du, worauf sie Einfluss haben? Aufs Image der Alkoholmarken, die stehen besser da, obwohl sie durch diese Form von Präventionsarbeit nichts am eigentlichen Konsumverhalten verändern. Diese Kampagnen können also im Grunde als eine weitere Form der Alkoholwerbung betrachtet werden und den Alkoholkonsum sogar noch fördern. Randgruppenproblem oder Massenphänomen? Ich glaube, der Vergleich zu Zigaretten ist auch hier ein ganz guter. Wer zwei, drei Zigaretten pro Jahr raucht, dessen Körper wird das sicherlich verkraften. Wenn ich mir meinen Mann anschaue, zum Beispiel mit seinen zwei, drei Whisky pro Jahr, dann muss ich auch sagen, da käme ich mir bescheuert vor, zu sagen, Achtung, Schnucki, du weißt, auch das kann schon Krebs auslösen. Aber das Irreführende an diesem Wort verantwortungsbewusst ist im Kontext unserer, Entschuldigung, Saufkultur eben, dass die meisten eben nicht zwei, drei Whisky pro Jahr trinken, sondern zwei, drei Whisky pro Woche, zwei, drei Bier pro Tag und sich damit im risikoarmen Bereich wähnen, obwohl sie da eben schon lange nicht mehr sind. Jeden Tag ein Gläschen ist krass viel. Jedes zweite Wochenende ein Rausch ist krass viel und krass verbreitet. In Deutschland geben sich rund 12,7 Millionen Menschen im Alter zwischen 18 und 64 regelmäßig die Kante. Das ist jeder vierte Erwachsene. 6,7 Millionen Menschen trinken so gut wie jeden Tag Alkohol. Das mit dem extrem viel und extrem regelmäßigen Trinken geht also nicht nur ein, zwei Randgestalten so, denen man bequem den schwarzen Peter zuschieben kann. Das ist ein Massenphänomen bei uns. Nur dadurch, dass eben so viele so extrem drauf sind, verschiebt sich auch das kollektive Bewusstsein. Da erscheinen Extreme plötzlich normal und da wirken Probleme plötzlich wie verantwortungsbewusstes Handeln. Und die Alkoholindustrie, die freut sich, dass ihre Strategie aufgeht und verdient ihre Milliarden. Nicht nur in Deutschland. Diese Drink Responsible Strategie, die fährt sie weltweit und hat weltweit Erfolg damit. Und zwar insofern, als sie sich die Hände reinwaschen kann, während sie gigantische Anteile ihres Umsatzes mit Menschen verdient, die mit ihrem Konsum schon weit im roten Bereich liegen. Eine aktuelle Studie hat das zum Beispiel für Australien und Neuseeland berechnet. Und da kam raus, wenn man die WHO-Grenzwerte für Rauschtrinken nimmt, also sechs oder mehr Gläser pro Trinkgelegenheit für Männer und vier oder mehr Gläser pro Trinkgelegenheit für Frauen, dann machen die Alkoholhersteller 65 Prozent ihres Umsatzes mit dieser extrem gefährlichen Form von Konsum. Eine ähnliche Stichprobe hat das Institut für Therapieforschung mal für Deutschland gezogen. Diese Stichprobe ist schon etwas älter und da floss nicht nur der Rauschkonsum mit ein, sondern alles, was über den Grenzwert für riskantem Konsum lag. Aber sogar da kam raus, 50 Prozent des Umsatzes gehen auf Konsum zurück, der über diesen Grenzwerten liegt. 50 Prozent des Umsatzes. Was zeigt? Die Strategie geht auf. Die, die mit Alkohol ihre Gesundheit ruinieren oder stark gefährden, Die machen gut die Hälfte des Umsatzes aus, stehen aber als Versager da. Und die Alkoholindustrie verdient sich mit diesen Versagern dumm und dämlich. Und gleichzeitig kann sie ihnen auch nach den schwarzen Peter zuschieben, weil sie haben ja gewarnt. Mensch, wie praktisch. Ja, das ist geniales Marketing. Aber es ist nicht nur geniales Marketing, es ist gleichzeitig menschenverachtend. Das ist einfach nur böse. Fazit Also, falls du auch lange Zeit dachtest, ich bin mangelhaft und charakterschwach und undiszipliniert, weil ich das mit dem verantwortungsbewussten Trinken nicht hinbekomme, nein, bist du nicht. Du bist in einem Land aufgewachsen, in dem dir eine harte Droge als Genussmittel verkauft wird, als Eintrittskarte zu Gemütlichkeit und Zusammenhalt. Du hast gelernt, diese Droge regelmäßig zu konsumieren und hast durch diesen regelmäßigen Drogenkonsum ein Drogenproblem entwickelt. Was halt häufiger mal passiert bei regelmäßigen Drogenkonsum. Wundert bei Zigaretten oder Kokain komischerweise keinen. Wenn du demnächst also mal wieder so einen Gedanken haben solltest, dass du selbst schuld bist an deinem Problem und dass du das nicht hinbekommst mit dem verantwortungsvollen Konsum, dann mach dir bewusst, diese Unterscheidung in verantwortungsbewusste und alkoholkranke Menschen, die ist ein Konstrukt der Alkoholindustrie, von dem sie wirtschaftlich und politisch und öffentlichkeitswirksam profitiert. Sie kann sich durch dieses Konstrukt selbst als verantwortungsbewusst inszenieren, extrem viel verdienen, aber die Kosten abladen auf den Schultern der Gesellschaft, der Betroffenen und ihren Angehörigen. Und gleichzeitig kann sie durch diese Inszenierung auch noch verhindern, dass die Politik Gesetze verabschiedet, die unser riesengroßes Alkoholproblem endlich mal ernsthaft eindämmen würden. Schreib mir gerne mal in die Kommentare, welche Sätze hast du in der Vergangenheit geglaubt, wenn es um verantwortungsvolles Trinken ging? Und mit welchen Sätzen hast du dich fertig gemacht, wenn es mal wieder nicht geklappt hat? Ich bin gespannt auf deinen Kommentar. Im nächsten und letzten Video dieser Serie geht es dann darum, wie Alkoholfirmen um Kinder und Jugendliche werben, obwohl sie das offiziell natürlich gar nicht wollen. Danke fürs Zuschauen. Gib diesem Video gerne einen Daumen hoch. Ich hoffe sehr, dass sich das stark verbreitet und dass vielen Menschen die Augen aufgehen. Ich wünsche dir alles Liebe und ich sage bis nächste Woche. Tschüss!